für mich ist eigentlich immer das schönste so ein neues produkt von den ersten mustern bis zur serienfertigung zu begleiten es gibt doch immer wieder artikel die viele probleme mit sich bringen wo man also oft mit den kollegen in großer runde zusammensitzt und über die lösung danach denkt und gerade bei solchen artikeln ist natürlich ein erfolgserlebnis wenn es in serie laufen kann und motiviert natürlich für eigene folgenden projekte ich habe in zittau studiert dann stand irgendwann mein praxissemester an und ich habe mich informiert was es in der region für unternehmen gibt wo man gerne an wo ich gerne anfangen würde und was mich interessiert und bin dann auch laut und lasse gestoßen und wurde ja auch gleich herzlich in empfang genommen